Zoom mal hin Haha One shot Oh da hat's geklingelt Da haben die Klocke gelöscht Verdammt Merck Irgendwas macht irgendwen nervös Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig Hi Sir War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm Aber sie sind ziemlich schießwittig geworden Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema Die Cops sind heiß, sehr heiß Keine Ahnung, was los ist Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an Also Vorsicht da draußen, Cell Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt Jetzt ist jeder Copter Stadt hinter ihr her Ist das das Beweismaterial? Ja, es ist wohl aus einem Tagebuch Der Rest davon war weg Alles was ich entziffern kann ist Icarus oder so Und zum höchsten Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau, sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen Und Keine Flügel mehr und kein Icarus mehr Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith? Ja Ich weiß, er ist kein Runner mehr Aber er hat Kontakte Irgendwann begegnen wir euch Wollen wir bitten? Wer? Jack Knife Drake weiß, wo Jack Knife steckt, er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation Aber auf dem Weg dahin wimmelst muss er von Cops Du kannst den Kanälen bis nach Hempentown folgen Also los Also los Also los Also los hat er gesagt Also los Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merus Edge Jawoll Hier mit den AC Brüdern Mit den AC Brüdern Mit den AC Brüdern Und ich fail schon wieder Und hier können wir nicht über den Zaun Und das heißt wir müssen Oh, oh, ich höre Radio Die CPS hat eine Verdächtige festgenommen Und sucht jetzt nach einer jungen Frau, die den Tatsort kurz vor Eintreffen der Polizei verlassen hat Das waren wir In Kürze Okay, ich habe keinen Bock mehr auf Radio 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 Radioaktiv Radioaktiv Okay Go Abrollen Abrollen natürlich Schöne Rolle Schöne Rolle Oh, oh, oh Die gestellige Gesetzer Oh, das ist ja heftig Okay Speedball Und Go Und Alter, alle, alle, die schießen Die schießen schon wieder Was ist denn mit den Kops heutzutage denn nur los? Die schießen bei jeder Kleinigkeit Oh, ey Raudebox Oder auch nicht Fail Mirror's Edge Zeichen Schniper 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 Entdeckung, 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 Entdeckung Oh Schade Ey, das erinnert mich, das erinnert, jetzt geht es aber los Peace Ja, ja, ich bleib wo ich bin So, ich würd mal go Würd mal go Hier, die Schuhe sind dreckig, ich renn mal im Wasser Ne, das geht Oh, der war schön Oh, der war gut Oh, der war gut Oh, der war gut Oh, der war gut Ich wurde gewarnt Jetzt mach doch mal go Komm Rush 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 Schneller Rode Sachen, keine blauen Rode Sachen, blau ist er Ist doch ganz egal So, jetzt nehm ich aber das Sprungbrett mit So, einmal hier rein, hier rein, hier ist sicher Mirror's Edge Zeichen Schniper Schniper Schnipern Und Koffer Wo ist der Koffer? Oh, 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 oh Also wir spielen ja auch normal, also, ne, also normal Gibt's noch schwer? Ja, es gibt nur leichte und normale Es gibt auch noch schwer, da werden dann deine, deine, ähm Die Runner-Vision wird dann abgeschaltet Da heißt, du kannst nicht mehr sehen, was, was rot wird Es wird nicht immer rot Ratten Ja, wo? Wohin gehen die immer? Aber jetzt gibt's alles blau, deswegen Hm Hm, hm, warte mal Da vorne ist, strebt irgendwas aus einer, aus einer dicken, blauen Gasleitung raus Was machen wir jetzt am besten? Durchrennen! Nein, wir natürlich drehen hier dran Warte, du kannst doch unten durchrutschen Nein, dran drehen So Zack Ratte, ich hab sie schon wieder gesehen, aber ich glaub die ist auch weg Ja, die sind alle weg Die chillen sich immer alle weg, die Ratten, Alter So Und jetzt kehrt wieder schöne Musse hier rein Bei fröhlichem, bei fröhlichem Rohr anspringen Das ist der Bass zu dem Lied Oh, jetzt wird alles blau Die Feierhosen Jawoll Oh Findet mir irgendwas Gutes im Müll heute zu sagen? Ach, nee Ach, nee, leider nicht Okay Weiter geht's Oh, Spielstand Genau Spielstand wird gespeichert, da kommt jetzt was Kanalisation Ich hab dich eingekriffelt, du musst die Kanalisation erreichen Komm, komm, diesmal schaffe ich es Ach, scheiße Ich muss die K-Ne-Lazy-Teen Kanalisation Boah, was geh'n hier hin Boah, was geh'n hier hin? Was geh'n hier hin? Musst' da hoch Auf den, auf den Gabelstabeler Auf den Stabelgabeler Stabelgabeler Ich muss da auch rein Gabelstabeler, ne? So, einmal abrollen Jetzt hier runter raschen Sind die jetzt noch oben, oder was? Die sind über mir Okay Okay, wie komm' ich hier runter? Wie komm' ich hier runter? Shit, da, da, da Einmal abrollen, einmal walljumpen, einmal wallrun Nochmal wallrun Zum Mitnehmen, bitte Zum Mitnehmen, Alter Zum Mitnehmen, Alter Aber nur zum Mitnehmen Oh, 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 das geht gut ab, das geht gut ab Los, komm, jawoll, genau Und an die, ans rote Rohr Der Vogel zieht ab Sieht aus, als er die Luft rein Jetzt schwing dich in die Kanäle Jawoll In die Kanäle rein So In den YouTube-Kanal, was? Nein Zack Bam Und runterrutschen Die Knie, ey, das tut bei jedem mal weh, ey Ja Da burnen die Hände wieder, ey Ne, die hat auch Handschuhe an So Einmal jumpen nochmal Ist da unten was? Ey, ist da unten eigentlich was? Ja, da musst du hinspringen Da muss ich hin Hm, großer roter Knopf Draufdrücken Bam Da geht was auf Da wollen wir rauf Oh Gott, das war knapp Da geht was auf, da wollen wir rauf Einmal den hier Ja, wer Ja los Guck mal, hier zum Beispiel Und wer Hier sind doch bestimmt Hier sind doch bestimmt auch Bauarbeiter in den Minen, also in dem Kanal hier, oder? Wieso? Naja, wegen der ganzen Türen auch so Wer findet sich denn hier zu Recht? Na Da ist sie jetzt rein Okay, diesmal ist es, okay, diesmal ist es sogar Okay, rate, du hast Du hast einmal die Ausnahme bekommen Aber nur einmal, ey Nur ein einziges Mal Oder hier auch Wieso brechen denn die ganzen Leitern ab? Oder hier Können die, äh, die Können die Arbeiter alle Parkour, oder was? Ja, feilig Die sind geübt So, einmal durchschlittern Ähhh Ratte! Die verschwindet einfach in das Lohgleit Ja, das ist, äh, ziemlich, äh, hoch Äh, äh, ja du nicht, ja, da würd ich mal sagen Ohr, Mensch Dida du, des is ne Höhe Du, des is 잡hatte, verfolgungssacklos Hier, komm Links Link Die, da is er he runtergerusht Das war die versteckte Flucht Das war die versteckte Ratte Uh, 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 uh Oh, der war gut Ja, die Ratten sind irgendwie ein bisschen failig programmiert,ね Ratatouille hier, ha Ratatatatatatat� Wie mach das Maschinengewehr? Ratatatatatatatatatat – nein wenn ich komme nicht da und aber die kommen nicht hier hoch hoho hoho aber kurz mit gerichten ja wohl hoho aber wir gehen durch so und das bieten die drüben ein paar Minuten scharfschützen die alle die haben die am Schleifer wie kommen die bitte so schnell darunter naja Flugzeug an die Leiter Helikopter wobei Helikopter scharfschützen und bret sie alter alter ey oh der war gut oh der war ja meine Güte ja machen wir es lieber so lieber so guck das ist dann viel besser ja schon hier ne so das war jetzt das failen für heute ich wollte nur diesen schönen Satz nochmal hören los weiter weiter vorne scharfschützen postiert die schalten wir jetzt mal ganz scharf aus oh der war gut und an die Leiter an die Leiter immer weiter an die Leiter immer weiter hier so und die die haben die die haben die Ratte erschossen ich glaub's nicht ich glaub alter jetzt nein 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 das dafür werden sie büßen ja die Rache der Ratte alter ich sag's dir ich sag's dir mit unseren Füßen würden sie dafür büßen so mein Freund ich hab's dir jetzt kommen die Füße zum Einsatz hat und Barbarer der Herd so so mein Freund Prozent ich hab's dir als er ist es sind die Zielbergenung zumal h Hr von Schau an die Haube und da hat die Klingel in der Nacht da haben die Klerkler die da hat er die Dauer aus dem Kanton da habe ich mich nicht mehr so lange ich die Familienplanung gemacht Prozent das war Prozent und die Projekte ist und die ist und bloß über gleiche weil er ist das aber das ist auch wenn wir schon sein das sind richtig dicke schon ja jetzt hat sie den Rhythmus gefunden jetzt hat sie ihren Rhythmus also also glitschigen Wänden will ich mich auf jeden Fall auch festhalten überhaupt kein Thema ja sonst wärst der Tod Alter was geht mit der E80 Scheiße die stehen ja um wie im Orchester was gehen da hinten ab oh da läuft Wasser aus wir werden jetzt runter gespült das ist in der Kanalisation da ist ein Kackwurst hier so Alter da links ach das waren die zwei Schafspitzen und da liegt ein Koffer mir ist alle aber ja aber ja finden wir den dann oder nicht oder was da ist er doch da ist er doch da haben wir ihn doch mitnehmen 3 von 3 ja Leute keine Ahnung irgendwas ist mit mein ja irgendwas ist mit mir los irgendwas ist mit meinen Koffern fail äh hä wo ist der mit den hier hä aha ok oh 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 na also diese Folge war aber mal ziemlich äh wasserspaß-lastig wohl erst durch die Kanäle und Jackknife suchen dann sind wir jetzt in der Kanalisation angelangt wo wir ja wo wir wieder raus irgendwie müssen ja klitschige Wände klitschige Ratten klitschige Bullen alles klitschig oder was alles alles klitschig oder was jawohl mal gucken wo wir jetzt wieder rauskommen aus der Kanalisation und was uns dann erwartet wir sehen uns in der nächsten Folge 5,4,3,2,1 und Peace Outro